Hallo, ich bin Finn von Tariftipp.de und heute haben wir für euch mal wieder ein Samsung Galaxy Handy. Dabei handelt es sich um das A5. Die A-Reihe ist die Mittelklasse-Reihe von Samsung, also quasi die zwischen der J- und der S-Reihe. Was sind die Vor- und Nachteile? Das haben wir für euch getestet und seht ihr jetzt im Video. Ja, die A-Reihe von Samsung, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Dieses A5 ist das zweite Modell von 2016. Das gibt es auch schon seit Anfang des Jahres. Wir sind leider erst jetzt dazu gekommen, das A5 ausführlich zu testen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, ist das, was dieses Smartphone vor allem auszeichnet, die wirklich ganz hervorragende Verarbeitung. Aber anfangen wollen wir wie immer mit dem Unboxing. Hier seht ihr die Verpackung des Galaxy A5, ganz schlicht in Weiß. Und ja, auf der Rückseite sind ein paar Spezifikationen. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, weil wir im Rahmen dieses Videos dann doch noch alles näher kennenlernen werden. Dann wollen wir mal schauen, was sich im Lieferumfang befindet. Hier ist das Smartphone selbst, kann man schon sehen, wirklich sehr, sehr schick. Mit einem Alu-Rahmen versehen und ein Unibody-Gehäuse. Dann haben wir im Lieferumfang noch wie üblich hier so ein Quick-Start-Guide, also eine Schnellanleitung und dann ein Strom-Adapter. Das ist übrigens ein Fast-Charge-Adapter und ein USB-Kabel und Headsets, die übrigens auch sehr, sehr gut sind. Ja, die Wertigkeit des A5, sagte ich ja eben schon, ist wirklich super. Also das ist ein Unibody-Metallgehäuse und auf der Vorderseite und auf der Rückseite befindet sich Gorilla Glass der Version 4, also sehr, sehr kratzfest und bruchsicher. Und mir hat die Wertigkeit des Galaxy A5 wirklich sensationell gefallen. Ich muss sagen, ich selbst benutze einen S7 Edge privat und von der Wertigkeit her muss ich das A5 da eigentlich überhaupt nicht verstecken. Also hier hat Samsung wirklich einen tollen Job gemacht. Beim Display des Galaxy A5 handelt es sich um ein Super-AMOLED-Display. Das kennen wir ja schon von der S-Reihe und von anderen Samsung-Smartphones. Das hier hat eine Diagonale von 5,2 Zoll und eine Full-HD-Auflösung und das entspricht dann einer Pixeldichte von 424 ppi. Das Display macht insgesamt auf mich einen super Eindruck. Es ist sehr, sehr scharf und die Auflösung, also Full-HD, ist auch der Bildschirmgröße, finde ich, durchaus angemessen. Was die Helligkeit angeht, ich habe das Display jetzt hier mal auf die maximale Helligkeit eingestellt, hatte ich während meines Tests eigentlich auch nie Probleme, auch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Display hat eigentlich immer sozusagen genug Saft gehabt. Insofern konnte das Display uns doch überzeugen. Auch in Sachen Bedienbarkeit gibt sich das Samsung Galaxy A5 keine Blöße. Alles funktioniert absolut flüssig und man hat den Eindruck, dass der Prozessor eigentlich nie überfordert ist. Zudem finde ich die installierte TouchWiz-Oberfläche von Samsung als mittlerweile sehr, sehr ausgereift. Einzig ist die Android-Version nicht die allerneueste. Das ist hier die Version 5.1.1, wobei ich sagen muss, ich arbeite jetzt schon ein bisschen länger mit Android 6. So groß sind die Unterschiede dann auch nicht. Insofern finde ich das schon völlig in Ordnung. Ja, darüber hinaus hat das A5 auch noch einen Fingerabdrucksensor. Das seht ihr hier in dem Homebutton ist der integriert. Das ist in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich. Der Fingerabdrucksensor funktioniert wie bei Samsung üblich zweistufig. Das heißt, wenn das Smartphone gesperrt ist, der Bildschirm gesperrt ist, dann muss man zunächst einmal das Handy entsperren und danach dann den Fingerabdrucksensor betätigen. Das geht auch einfacher, aber trotzdem ist es natürlich löblich, dass Samsung hier einen Fingerabdrucksensor eingebaut hat. Ja, der Akku des A5 ist fest verbaut. Klar, es ist ja auch ein Unibody-Gehäuse, der hat eine Kapazität von 2900 mAh. Das hat bei uns im Test für 577 Minuten Nutzungsdauer gereicht. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Und löblich fanden wir auch, dass Samsung hier ein Schnellladegerät mit beigelegt hat, sodass der Akku relativ schnell wieder aufgeladen ist. Als Prozessor kommt beim A5 ein Exynos 7580 von Samsung zum Einsatz. Das ist ein 8-Kern-Prozessor mit 1,6 GHz Taktung. Und wie ihr seht, haben wir hier knapp 42.000 Punkte im Antutu-Check erreicht. Das ist für die Mittelklasse eigentlich auch ein ganz guter Wert. 2 GB RAM hat das Handy und wir haben eigentlich nie Probleme damit gehabt. Ja, was das Internet angeht, ist dieses Smartphone natürlich LTE-fähig und zwar nicht zu knapp. Wir haben hier Outdoor 70 Megabit im Downstream erreicht pro Sekunde und Indoor waren es 25,5 und das sind auch sehr, sehr gute Werte. Der interne Speicher des A5 beträgt 16 GB. Das ist ein normaler Wert für die Mittelklasse und kann glücklicherweise, und das ist bei einem Aluminium-Unibody-Gerät nicht selbstverständlich, per MicroSD, wie ihr hier seht, erweitert werden. Mit der Schlitten ist aus Plastik, ist aber auch okay und maximal können hier 128 GB Karten eingelegt werden. Die Hauptkamera des A5 hat eine 13 Megapixel Auflösung und, und das finde ich löblich, einen optischen Bildstabilisator. Das ist vor allem bei Videos gut, damit das Ganze nicht so verwackelt. Die Offenblende beträgt f1.9 und hier seht ihr die Selfie-Kamera rechts oben. Die hat eine Auflösung von 5 Megapixel. Ja, die Ergebnisse, die schauen wir uns gleich mal an. Wir haben hier wie immer vier Testfotos gemacht. Hier seht ihr die Außenaufnahme. Was ich schade finde, das ist aber bei vielen Samsung-Handys so, ist, dass bei voller Auflösung nur das 4 zu 3 Bildformat gewählt werden kann. Auch hier bei der Innenaufnahme ist das der Fall. Ihr könnt natürlich auch 16.9 Aufnahmen machen, aber dann müsst ihr auf 9 Megapixeln runtergehen. Trotzdem sind die Aufnahmen insgesamt sehr, sehr gut, finde ich. Die Schärfe stimmt. Die Farben sind vor allem sehr natürlich hier. Die Blitzaufnahme. Naja, der Blitz scheint mir ein bisschen schwach zu sein. Es ist auch kein Dual-LED, sondern nur ein Einzel-LED-Blitz. Und hier seht ihr jetzt noch die Selfie-Aufnahme. Die ist leider, sehe ich gerade, verrutscht, aber was soll's. Ist auch sehr, sehr gut. Und jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, was im Bereich Video möglich ist. Maximal Full-HD, aber mit 30 Frames per Second. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, die Videos ruckeln nicht so. Und ich finde auch die Qualität insgesamt hier von diesem Video ist wirklich hervorragend, muss man echt sagen. Vor allem sind die Farben sehr natürlich. Ja, diese Videoaufnahme und auch die Testbilder könnt ihr euch wie immer als Original auf tariftipp.de ansehen. Die Headsets, die mitgeliefert werden beim A5, haben mir sehr gut gefallen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und zwar deshalb, weil ich bei Samsung Smartphones die Ohrstöpsel oft so als mittelmäßig empfunden habe. Die hier sind aber richtig gut. Man muss sie natürlich, wie ihr seht, hier, da sind diese In-Ear-Adapter richtig ins Ohr reinstopfen, damit die besser auch durchkommen. Aber wenn man das macht, hat man wirklich einen sauguten Klang. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. So, wie üblich gibt es natürlich bei den Einstellungen hier in der Google Play Music App bei Samsung Smartphones ein EQ. Und dieser EQ, mit dem könnt ihr die Musik euren Hörgewohnheiten, hier seht ihr das, anpassen. Ihr könnt natürlich auch manuell noch jede Menge Geschichten hinzuschalten, hier 3D, dann noch eine Bassverstärkung. Und was gut ist, finde ich den dritten Punkt Klarheit, der führt wirklich dazu, dass der Sound super ist. Dann haben wir natürlich auch noch einen internen Lautsprecher und wie der klingt, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Da ist ja der Lautsprecher. Ich haue jetzt gleich mal rein und dann könnt ihr euch selbst davon ein Bild machen. Dann sind wir auch schon wieder beim Fazit des Samsung Galaxy A5. A5 gut gefallen, hat mir vor allem die wirklich tolle Verarbeitung. Außerdem hat das Smartphone einen optischen Bildstabilisator an Bord, genauso wie einen Fingerabdrucksensor. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich in dieser Preisklasse. Und insgesamt, das merkt man einfach, dass Samsung schon sehr lange Erfahrung hat, ist das A5 wirklich ein super ausgereiftes Gerät und macht einen tollen Eindruck. Nicht so gut fand ich, dass der Akku nicht tauschbar ist, aber naja, ist nun mal so bei Unibody-Gehäusen. Ähnlich übrigens bei den Wettbewerbern, als da zu nennen wären das Sony Xperia Z3. Dann habe ich mir noch das Google Nexus 5X rausgesucht und aus eigenem Hause das Samsung Galaxy S5. Ja, also UVP war bei Erschein Anfang des Jahres 429 Euro. Mittlerweile kriegt ihr das A5 für so 300, knapp über 300 Euro. Und damit kriegt es in Sachen Preis-Leistung von uns sehr gute 63,8%. Das Gesamturteil liegt bei 90,05%. Ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Das war's von unserer Seite. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Bis bald und tschüss. Bis bald.